Ja. Sag mal, können meine Kleinen bei euch schlafen? Na klar. Unser Hund auch? Kein Problem. Aber die Kids müssen morgen ganz früh raus. Okay. Ich kann selbst bestimmen, wie ich mich fühle. Mit den Teekanne-Tees. Harmonie für Körper und Seele. Schmeckt gut, tut gut. Harmonie für Körper und Seele von Teekanne.